Und zurück bei die Ponia im nächsten Teil, immer noch in der Poststelle und ja, wir haben es herausgefunden, mit dem Narkotikum bekommen wir die Katze langsamer und wenn ich die jetzt noch ein wenig langsamer mache... Wie entspannt sie auf einmal ist! Und jetzt nochmal die Coupons ihm gebe... Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonys Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Hm, wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur, was sag ich nur, was sag ich nur? Ja, ähm, ja, also vielleicht, ähm, nach... Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Ja, die ist nämlich jetzt langsamer und die Katze beim Frankieren ist zu schnell. Das heißt... Frankierung wird gescannt. Normalerweise? Ah! Fehler, Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport. Kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Ja. Und nun? Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Die armen Katzen. Die armen Katzen. Grrrr. Grrrr. Ha, ha, ha. Na? Oh, 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 oh. Oh! Ha, ha, was ist denn das? Polsterfolie. Knick. Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Fehler, Fehler. Oh. Hä? Was hat er? Wisst was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick. Oh, yeah. Äh, wie du willst. Nein, nein, nein. Nicht, 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 äh, rausgehen. Boah. Jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Toll. Na? Ha, 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 ha. Oh, wie herrlich. Postboot. 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 Was ist das bloß für eine Welt, in der man sich nicht mal mehr auf das Erdmagnetfeld verlassen kann, hehehe. Warum ich so komisch rede? Weil sie neu den Sprachaufnahmen nach Worten berechnen, darum. Aber das hat, äh, oh, Zettel. Zur Folge, dass wir jetzt hier rein können. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postboot muss echt langweilig gewesen sein. Postboot? Ach, gucke an. 10 L? Was? Oh nein, was ist denn das jetzt für eine Ziffer hier? Eins. Zwei. Drei. Vier. Hm, das war wohl falsch. Mäh. Toll. Das wird wohl der Tresorum sein. Ach so, Ersatzkatzen. Ersatzkatze. Eine für sofort und eine für unterwegs. Ah. Die Knopfel. Hm. Okay. Ja, aber... Jetzt hab ich... Hey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Psch! Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postboot muss echt langweilig gewesen sein. Moment, vielleicht kann ich die oben... Nee, ich glaub ich eigentlich nicht. Eins, drei, zwei... Das Erdmagnetfeld hat hierauf keinen Einfluss. Und Leute vom Schlafen abhalten konnte ich damit auch vorher schon. Hm. Eins, drei... Hä? Eins, drei, zwei, drei. Moment, ist das vielleicht? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Eins, drei, zwei, drei. Wieder falsch. So ein Scheiß. Ja, und äh... Abgestürztes Paket. Okay, kann ich da dran? Was ist das bloß für eine Welt, in der man... Nein. Warum ich so komisch? Weil sie... Ja, ja. Okay. Tja, Freunde. Achso, halt, Moment. Oben der Funkraum. Komm ich da hin? Da oben. Nee, hä? Wieso Funkgerät, wieso komm ich dann... Okay. Ja, also bringt das nichts. Da hinten waren wir schon drin. Was hat er denn hier für... Wasseremblemen, Klinge, Gegensprechanlage... Für einen Schraub. Diese Technik ist voll für die Katz. Katz? Katze auf der Tastatur. Ich wette, Ihre Nachrichten sind gehaltvoller, als alles, was Lotec jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Na... Ha! Okay. Oh, das hört sich aber süß an. Genau wie meine Biesli. So, und was macht jetzt der Telefonist? Ja, 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 ja. Gut, dann... Die... Anlage hier, diese Notanlage. Die hat er ja gesagt, ist auch noch eine. Da, Notrufsäule. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Hm. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Hm. Ach komm, Rufus, ein bisschen schneller. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Äh, ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja. Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich... Oh, ich hasse telefonieren. Ach man, das ist nicht fair. Was soll ich jetzt hier noch machen? Was hat denn Hanek noch so in Petto? Hallo noch mal. Ah, hallo Schnutzi-Pu. Oh? Genau, von sich der Springplan noch gleich. Bis bald. Tschö, Schnutzi-Pu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Ich habe Hunger. Du hast Hunger? Was habe ich denn für dich? Feinig. Ein Mieter-Kettchen. Ne, sowas ist man nicht. Moment, was ist denn, wenn ich dem auch mal so ein bisschen Flüssiges gebe? Lachgas vielleicht? Expresso oder Narcoticum? Was ist denn mit Lachgas? Oh. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Stimmt, das war ja mit den Gasen ja richtig erinnert mich. Jetzt aber, oh. Oh, süß. Er redet im Schlaf. Und jetzt mit dem... Hey, du, aufwachen. Geht doch, Schnarchschnabel. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Toni? Die hat doch eine Papageienstange bei sich im Laden. Da. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Brokerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Was ist, wenn wir den Papagei jetzt da draufsetzen? Hey, Toni. Ich habe ein Geschenk für dich. Hallo. Hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow. Er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer brauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus. Du könntest einen zuhören. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot. Idiot. Der arme Vogel. Nicht mehr lange und der wird sich zu den Minengasen zurücksehen. Ich komme nicht über den Zuhälter weg. Oh, wie geil. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni. Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz. Ah. Er ist so ein kluges Tier. Na, danke. Oh. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Alles Lügen. Na, ganz toll. Ja, aber was mache ich jetzt mit dem Papagei? Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Ach. Aber, Moment mal. Der plappert doch. Und, äh. Was ist, wenn ich den Papagei mit der... Denn der quatscht ja jetzt das ganze Zeugs, was er von Toni gelernt hat, nach... Es funktioniert... Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ah. Rufus. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Hengt ins Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Was ist das? Ach, hast schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Okay. Dann schauen wir doch gleich mal nach. Rufus hat die Antenne von Frau Hengt ins Traktor geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Hengt ins Traktor geklaut. Naja, da hat sich jetzt nicht wirklich was geändert. Ja, und hier? Tut sich auch nichts. Och, Käse. Und was ist mein Gizmo? Rufus hat Fischfett in das Trinkwasser gekämpft. Aha. Äh. Ja, äh. Ich will ihn lieber nicht stören. Rufus hat die Antemaschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu stehlen. Ach ja. Ja, aber was hat das jetzt alles gebracht? Im Prinzip nix. Die Leitung ist oben überlastet. Der Postbot fährt über die Luftpolster. Wissen Sie noch? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell. Naja, das hatten wir schon. Was ist, äh, hier bei ihm? Lonzo. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Toll. Hier ist also auch nix. Na, und hier vorne. Na, das. Der ist klar. Es spritzt und sprudelt immer noch. Ist Wenzel wieder zu Hause? Nein. Wo ist Wenzel? Na. Na. Wo ist der Kerl? Naja. Ähm. Tonis Hütte. Oh. Da hat sich auch nicht wirklich viel getan. Ja, und Tonis Lahn war ich gerade. Wie heißt dieser verdammte Code? Lotti. Ja. Hallo, Lotti. Du schon. Du schon. Du schon wieder? Bin jetzt endlich dran. Von wo aus kann ich ein... Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Na, danke. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Na, vielen Dank. Tja, Freunde. Das, ähm... Hier hapert's. Hier hinten an dem Code. An diesen komischen Katzen. Vielleicht brauche ich die andere Katze noch, um irgendwo ein... Telefongespräch. Ne, das geht nicht. Tja. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich bin ein wenig überfragt im Moment. Naja, im Moment macht das auch nichts. Die Zeit ist eh erreicht. Das heißt, wir machen hier Schluss. Und ich werde mir das hier mal ein wenig in Ruhe anschauen. Und, naja. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin also. NRW bei 18 hat jö.